Hi Leute und willkommen zurück zu Peppa Mario, die Legende von Mionentor. Wir kämpfen gegen die böse Hexe und ja, die Stendorain haben uns jetzt quasi ein bisschen geholfen. Wir sind wieder topfit und ja, es geht wieder in den Rückkampf. Mario, wir haben es bald geschafft. Also gut, ich werde euch in den Boden stampfen. Fluchtwiesenkampf nicht möglich, okay. Erneut. So, kann ich jetzt wenigstens schaden? Okay, Sternpower haben wir noch. Wieso? Wieso muss ich ihn nochmal scannen? Das müsst fällt mir gerade. Nein, nein, ach man, ich habe doch noch einen runtergedrückt. Was war das? Mein, dieser Körper. Ich bin verwundbar? So, und jetzt wird es ernst. Jetzt zeigen wir dieser Hexe, was in uns steckt. Ja. Oh. Ah, toll. War ein ganz schön schaden. So, das Ganze nochmal. Ein Zuschauer, wow. Erstmal heilen. Jetzt muss ich ihn nochmal wieder wegtauschen. Oh. Ärgerlich. Ich habe jetzt noch mal wieder wegtauschen. Oh, toll. Ich habe jetzt voll viel Schaden gemacht im Verhältnis. So, dann musst du jetzt nochmal tauschen. So, kommt Rina. Soll ich das überleben? Ich habe voll rein. Äh. Höchstange ist Kraft durch Charged. Das wird mich töten. Äh. Okay. So. Scanner. Die Königin der Finsternis. Allein der Anblick ist grauenhaft, aber du musst kämpfen. 150. Angriff 7. Immer noch. Verteidigung 1. Okay. Ähm. Sie steuert Blitze und verwendet Magie, um Angriff und Verteidigung zu erhöhen. Außerdem kann ihr Atem dich vergiften, verwirren oder deine Kräfte erschwächen. Schrecklich sind die Attacken der Königin, wenn sie sich aufgeladen hat. In solchen Fallen solltest du dich wirklich mit Barbaras, äh, Such-mich-Technik schützen. Ja, hätte ich gerne gemacht, aber ich muss dich rausholen. Äh. Greife übrigens nicht nur die Königin selbst an, sondern auch ihre Hände. Sieh dir also genau an, was sie macht, bevor du deine eigenen Attacke auswählst. Also Mario, unser letzter Kampf. Und wir werden gewinnen. Wow, 14. So. Sternenfit. Hallo, ich brauche Heilung. Also treffe ich... Ja, die Dinger treffe ich wieder auch. Komm. Ach, Mann, ey. Man kann schon so fest bei mir, wie man will, und man kriegt trotzdem keine richtige Heilung. Vier. Vier ist gar nichts. Wow. Wow. Einfach wow. So, Technik. Nein, tauschen. Oh, jetzt boostet sie sich schon wieder. Recharge. So. Mario Heilung. Oh, 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 oh. Nein, ich treffe natürlich wieder dieses blöde Ding. Mario Heilung ist das Wichtigste, was ich gerade brauche hier. Ah, 6. Okay. So, Barbara. So, Barbara. Technik. Such mich. Ah, okay. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, ne, schon wieder, Langungskraft durch Charge, ok, jetzt kommen die ganzen Leute schon wieder, ok, so, das heißt, warte mal, ich weiß nicht, ob die Hände auch Verteidigung haben, aber ich geh mal auf den Hammer, darf das unten nicht angreifen, die Hände, warum nicht? Na toll. Technik, ich suche mich, weil sie ist schon wieder aufgeladen, uah, okay. Oh, okay. Autsch. Nein. Puff. Die machen so viel Schaden. Meine Güte, das wird ein ziemlich langer Kampf, glaube ich. Hier. Hier ist auch wieder gar nichts. Ach man. Technik, Schattenhieb. Oh, jetzt boostet sie schon wieder. Okay, was willst du jetzt? Auch noch gegen uns sein. Danke. So. Sprung auf die Hand. Ja. So. Barbara muss uns wieder abgeben. Geben. So. Kingozeit. Kade. Na toll. Jetzt, wo ich einen Bonus hätte kriegen können. Alter, wir kriegen so viel Schaden. Ja, und das auch noch. Oh. Oh Gott. Da ist nichts passiert diesmal. So, was mache ich jetzt? Äh, weiter heilen, ne? Ah, aber klar. Jetzt hier ist kommen was denn. So, Technik. Spattenhieb. Ich bin so viel Schaden. Was soll denn das? Ich kann nichts machen. Wow. So, Technik. So, ich kann nichts machen. Oh, das geht. Oh, die sind vernichtet. Es kommen neue. Wow. Wozu greife ich die an? Ah, Sternfit. Ich muss irgendwie wieder ein bisschen auf die Beine kommen hier. Nein, ich dachte ich wäre außer Reichweite davon. So, Technik, Schattenhieb. Ich halte sie an. Oh, Shit. Oh, ist der wieder gegen uns? Nein, gegen ihn. So, ist aber noch aufgeladen. Ich würde jetzt eigentlich... Warum hauen wir drauf? So, such mich. Weil er hier Arm angreift, bringt man so gar nichts irgendwie. So ein Fall, die heilt sich so die ganze Zeit. Ja, wow. Letztlich mehr, als dass ich Schaden machen kann. So, Hammer. So, Schattenhieb darauf. Ah, toll. Äh, für von Statusänderungen wurde halt auch gelogen. Okay. Du heilst. Ah, gut. So, und du greifst an. Jetzt mal A zu drücken, das wäre eigentlich wichtig. Das ist so unfair. So, soll ich mich heilen? Ach, da muss ich. Mir bleibt gar nichts anderes übrig. Na klar. Alles geht an Mario-Dingern vorbei, aber das Ding treffe ich wieder. Ach, ich hasse es. Das ist ein Bonus für mich und ich hab da auch immer noch Fallen drin, ey. Das ist doch unfair. So, Technik, Schattenhieb. Greifen wir weiter an. Ach, shit, Schattenhieb. Ach, shit, Schattenhieb. So, sie muss sich heilen und meitern. Oh nein. Wie geht das auch noch wieder los? Ähm. Ähm. Hammer. Wir hauen schon so viel Schaden raus, ey. Und das reicht einfach nicht. So, Technik abhauen. So, Technik abhauen. Ach, ne, schon wieder. Ach, sie boostet sich gerade. Mann, 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 Mann. So, Technik. Schattenhieb. Nö. Darauf. Immer auf den Körper. Alles andere bringt mir gar nichts. Ach. Ach. Jau. Sieben Runden lang. Ist klar. Alter. Schöne. Sieben Runden. Was soll ich dagegen machen? Komm, das ist noch unfair. Okay. Sieben Heilung. Vielleicht kraten wir so ein bisschen das Gift aus, was ich jetzt in der Zeit kriege. Okay. Oh, ist weggegangen. Okay. So, das heißt, du kannst. Schattenhieb, ja. So, Sterne. Ach, Mann, ey. Die Kämpfer sind schon ein bisschen äh, Kiebel. Ach, komm. Na gut. Das passt. So, Schattenhieb. Nein, auf den. Das ist immerhin auch die ganze Zeit vier Schaden. Das ist okay. Ich vergesse immer dieses A drücken. Oh, wow. Nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Jetzt heilt sie sich wieder. Okay, äh, Heilung. Okay, sieben. Sieben ist gut. So, Barbara, du musst uns jetzt retten. Ja, einmal retten. Gut. Ah, perfekt. Sehr gut. Einmal voll machen, bitte. Ach, komm. Schon wieder boosten? Ähm, Hammer. So, Technik. Und versuchen wieder abzuhauen. Oh, okay. Okay. Oh, ne, schon wieder. So, dann gehen wir wieder auf Heilung. Oh, das war so klasse. Ich weiß nicht, dass ich den jetzt treffe. Naja, fünf. Fünf ist besser als nichts. So, Technik. So, Technik. Schattenheb. Immer auf den Körper. So, sehr gut. Ah, ich hab schon wieder A-Verkehr gefunden. Mann. Äckert mich echt. Oh. Fast direkt wieder tot. Ah, Zusel-Dusel. Ist okay. So. Nochmal Heilung. Ach nö Ach komm Der muss natürlich jetzt noch treffen Der einzige Schuss der da hingeht Wow 4 War ja mal richtig schlecht jetzt So Technik Ach vertan Ja tot Danke Ah weil ich nur 4 Leben gehabt hatte Ist doch dumm Wow So ok Dann machen wir erstmal wieder Schluss Leute Wir haben ungefähr so die Hälfte an Leben runter Das könnte also noch ein bisschen dauern Bis wir die besiegt werden Und ja Ich versuche irgendwie am Leben zu bleiben Dann bis zum nächsten Mal Ciao So 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 So